So, da sind wir wieder. Ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen umgeguckt und habe auch einiges getan und es kam doch die ein oder andere Meldung doch jetzt mal rein. Fangen wir erstmal damit an, dass wenn wir im Kampf geschehen sind, mit der Tab-Taste wohl zwischen den Feinden hin und her wechseln können. Vielen Dank für den Tipp. Werde ich dann auch versuchen, dann auch mal zu benutzen, falls wir dann halt mit der Maus halt nicht uns von den Gegnern trennen können. Kommen wir zu den Gefährten. Ihr seht, ich habe eine Menge, Menge Geld ausgegeben. Das liegt daran, dass ich zum Beispiel unter anderem für unsere gute Wessner neue Dolche organisiert habe, nämlich einmal der imperiale Langdolch des Glücks. Und er gibt uns plus zwei Glück, ist eigentlich relativ Vorteil, mehr Kritz und mehr Ausweischance und einmal der imperiale Langdolch des Giftes. Wir haben nämlich dann die Chance, ein Ziel halt nun mal zu vergiften und auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, jeder, ich sag mal, 30. Schlag müsste da schon irgendwie dann mal sitzen bei irgendeinem Feind. Aber wir haben halt nun mal die Chance. Und einen neuen Bogen habe ich uns organisiert für die Jasna, weil sie halt nun mal nicht auf Zauber zurückgreifen kann im Fernkampf. Und ich denke mir mal, der Bogen mit 25 bis 43 Schaden ist schon eine tolle Sache. Den alten Bogen hat die Wessner erhalten. Und ich habe natürlich noch ein paar kleine Mana-Tränke organisiert, genauso wie mittlere Tränke und große Mana-Tränke. So soll es sein. Wie ich das gemacht habe, ist eigentlich ziemlich einfach. Ich bin halt nochmal zurück nach Sorpigal gegangen, genauso wie hier in Seehafen. Und die Händler haben ja irgendwie nach jedem Tag oder irgendwie anderthalb Tagen, ich denke mal nach allen 24 Stunden, haben die halt ein neues Sortiment an Tränken, Waffen, Zaubersprüchen und Co. Falls der ein oder andere es vielleicht noch nicht gewusst hat. In Sorpigal war ich selbstverständlich mit dem guten Sankura und habe ihm die schwere Rüstung auf Experte gebracht. Da war ich beim Lehrer. Genauso war ich mit der Jasna nochmal beim Hamato und habe ihr den Meisterrangbonus dann doch verschafft. Kennt ihr noch? Sa, den Schlangenmenschen Hamato. Da müssen wir ja auch noch das Schwert finden. Zudem bin ich nochmal hingegangen in Leuchtturben, habe mit dem ein bisschen geplaudert und er hat uns dann doch, ja, uns den Meisterrang verschafft in Zwei-Waffen-Kampf. Eigentlich ziemlich, ziemlich mächtig. Wir erhalten mehr Schaden in der Schildhand pro Machtpunkt und haben eine erhöhte kritische Trefferchance in der Schildhand pro Glückspunkt. Sieht dann eigentlich folgendermaßen aus. So sieht es halt jetzt aus. Ja, ich muss sagen, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die kritische Trefferchance ist immerhin bei zwei Prozent. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. In der Mainhand haben wir sie halt, also in der Schwerthand, ja, bei sieben Prozent. Kritischer Schaden bleibt natürlich normal und der Schaden ist natürlich jetzt mal ein bisschen näher gerückt, was halt unsere Schwerthand betrifft. Kommen wir zu den anderen Sachen. Die Truhe hinten im Wald, dort hinten im Wald. Ich befinde mich gerade noch vor Seehafen, damit du wirst, wo ich bin. Mit dem Rätsel. Ja, ich habe mal meine Freunde gefragt, was sie vom Rätsel halten. Die sind immer noch am Rätseln, ich auch. Ich könnte natürlich jetzt nachgucken, werde ich aber jetzt gerade nicht tun. Ich würde gerne selbst drauf kommen. Ich weiß immer noch nicht genau, was für einen zu wenig ist. Für zwei perfekt in dem Sinne klingt, aber schon wiederum für drei zu viel ist. Aber ich denke mal, wenn die Zeit kommt, werden wir darauf kommen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch Tipps und Tricks, wer weiß, wer weiß, in den ganzen Büchern. Die habe ich mir nämlich auch mal ein wenig durchgelesen. Die ganzen wunderschönen Bücher, hier das Wissen. Wir haben nämlich hier noch die Wolken, wo wir es auch immer her haben. In dem Sinne das Wissen. Die ferne Heimat hatten wir ja auch schon mal gefunden. Und dann einmal, genau, die Verräterkönigerin. Wieder mit der Pristina, äh, Priesterin Celina. Arme Celina. So, und die Geschichte ist doch sehr interessant. Und da gibt es doch wirklich ganz viele Hinweise. Also hier ist wirklich eine ganz tolle, durchdachte... Genau, eine wirklich schön durchdachte Geschichte, äh, an den Tag gelegt worden. Also Bücher lesen hilft auf jeden Fall weiter. Ähm, wir werden auch direkt weitermachen. Bloß werden wir nicht mehr zu den Orks gehen, weil ich glaube, das mit den Orks... Da haben wir uns, ja, ich sag mal, nicht unbedingt übernommen. Aber die Orks waren schon ein bisschen garstig, wenn das was ich meine. Und jetzt müssen wir mal gucken. Dunkelmagie-Buff, äh, die Stunde der Kraft... Nee, hier sind wir noch falsch. Ich möchte nämlich mit unserer Hauptstory weitermachen. Nein, hier ist nix. Okay, ich wollte nämlich grad sagen. Oh, und da haben wir schon wieder... Nacht haben wir hier. Oh, hier schreit wieder ein Buff, ne? Achso, du bist das, aber du nimmst uns... Nee, 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 du bist der böse Buff. Äh, du bist der Säuberungs-Buff. Sie nimmt alle negativen Effekte von uns, aber genauso auch wiederum die positiven Effekte. Ich möchte eigentlich gerne zum guten Lord Kilburn, denn wenn wir dort uns den rechten Weg anschauen, dann ging es, meine ich, irgendwie in die verschollene Stadt. Also so müsste es gewesen sein. Ja, mit den Lord Kilburn und seinen Fragen, da müssen wir irgendwie im westlichen Gebirge, soll es wohl sein, wenn wir mal in die Weltkarte gucken. Hier haben wir ein westliches Gebirge, und das ist hier an der Klippe, und da geht es wohl um die Küste hier. Ähm, da müssen wir halt erstmal hinkommen, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, du fühlst dich beobachtet, genau. So, und ich meine, hier konnten wir ja entlang, ne? Da sollten wir nicht entlang gehen, dafür sind wir leider noch ein bisschen zu schwach. Oder wir haben halt nun mal die falsche Taktik angewendet. Ähm, Schrein beten, genau, hier ist ein besonderer Schrein, da hinten ist der Brunnen, und wir müssen hier in die verschollene Stadt. Ja, ja, verschollene Stadt. Da möchte ich gerne mit euch hin. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir den guten, wie hieß er nochmal, Momba, ne? Momba, Montbart, ja, wie ich ihn so gerne nenne, französisch. Ähm, ob wir ihn dann nicht finden sollten, was ich aber, ich bin ein bisschen skeptisch, weil hier waren Ghule. Ich weiß ja nicht, was da mit Untoten... Oh, das wird einfach. Ähm, was er mit den Untoten zu tun hat, aber wer weiß, wer weiß. Wenn da Nekromantie oder so am Gange ist, dann lassen wir uns überraschen. Aber die Orks, die werde ich nicht vergessen, da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Oh. Äh, ein bisschen duster, findet er nicht. Wir werden mal die Lichtkugel benutzen. 51 Runden lang, obwohl... Wie lange hält der Fackelschrein? 66 Runden lang, ja. Hm, und da hören wir es auch schön knistern. Haben wir immerhin ein bisschen Licht? Ein bisschen auch mehr Atmosphäre, würde ich doch mal ganz behaupten. Oh nein. Äh, da gehen wir erstmal gleich hin. Ich will mal hoffen, dass wir nicht allzu viele... Äh, ekligen, untoten Kreaturen hier unten haben. Erstmal haben wir ein Fass mit einer dunkelblauen Flüssigkeit. Ähm... Dunkelblau, keine pulsierende. War doch Mana, ne? Jawohl, ein für Magie. Ja, die zwei waren Teil des Shantiri-Empires. Mhm, mhm. Aber sogar wir haben keine Erinnerungen, wie es endet. Ja, das wussten wir auch. Jetzt schon langsam, aber sicher. Wir sollten, glaube ich, sollten wir nicht, ähm... Ich meine, wir befinden uns wieder in einem Verlies, wie ich glaube. Wir sollten auch die flüsterten Schatten anmachen. Also, da hinten waren auf jeden Fall Feinde. Oh. Oh, ja, hallo Ghoul. Oh, oh. Schön, dass du da so rausgekrochen bist, Ghoul. Ähm, ja. Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Und sie sind rachsüchtig. Ähm, ich würde sagen... Ja, ja, ja. Steinhaut. Mhm, mhm. Und... Zerschmettern und Feuer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Sie hauen uns von hinten, aber kein Problem. Angreifen. Angreifen. Ja, so gut wie hops. Eis. So. Dann zu euch. Feuer bei. Boah, ein bisschen Schaden haben wir erlitten, aber alles halb so wild, oder? Ähm... Wer war das denn nochmal? Ich glaube... Ah, Gift können wir gar nicht wirken, ne? Aber... Entzwein. Genau. So, und jetzt draufhauen, draufhauen. Und Feuer. Sehr schön ausgewichen und abgewehrt. So möchte ich das gerne sehen. Angreifen, angreifen. Eis. Achso. Ja, greif auch mal an. Sparen wir ein bisschen Mana. Sehr gut. Großer Mana-Trank. Finde ich ja hervorragend. Hm. Sieht schon alles so ein bisschen gruselig aus. Ja, wo war hier wohl... Oh. Okay. Hallo. Oh, was ist das? Oh, das sieht mir aus. Ihr Sperrwerfer. Wir bleiben mal schön hier geschützt. Verteidigen. Verteidigen. Ja, verteidigen und verteidigen. So, nächste Runde würden sie bei uns sein. Dann bitte einmal das hier, das hier, das hier und verteidigen. So, da sind sie. Ein Skelett. Tatsache. Aber Fernkämpfer, oder? Mit den zwei Sperren. Ich würde behaupten, es ist ein Sperrwerfer. Hm. Ja. Mach mal entzwein. Sehr gut. Und dann hauen wir doch zuerst das Skelett, oder? Angreifen. Angreifen. Sehr schön. Oh, schöne Soundeffekte. Feuer. Ja, ich wusste es, dass noch einer dazukommt. Ähm, Celina. Mana. Hm. Ja. Ja, die hatten ja... Nee, 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 nee. Du trinkst auch mal Mana. Und wir hauen drauf. Verfehlt und immun. Nun. Autsch. Guck mal, jetzt werdet aber manchmal nicht frech hier, ne? So, Celina. Feuer. Ja, das gefällt euch. Jasna. Sehr gut. Dann bitte einmal den Skelett, ne? Oder? Ja, komm, zerschmettern. Ach, verfehlt. Kann doch nicht sein. Und, äh, Eis. Weil ich glaube, die hatten ja irgendwas gegen Erdmagie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, kein Problem. Au. Ja, hast aber keinen Schaden erlitten. Mach dir keine Sorgen. So, Feuer. Du machst bitte dann nochmal entzwein. Mach den... Nee, man... Nimm mal Skelett. Angreifen, angreifen. Sehr gut. Angreifen, angreifen. Oh, nee. Das... Der war falsch. Oh, aber dennoch AOE-Effekt. Okay. Also Bereich Schaden. Angreifen und hauen um. Sehr schön. So, dann der Ghoul. Äh, Feuer. Jawohl. Und jetzt weg mit dem. Und du einmal Eis. Sehr gut. Hauen um. Herrlich. Herrlich, herrlich. Okay. Funktioniert auf jeden Fall. Äh, Proviant ist jetzt glaube ich noch ein bisschen früh, oder? Ist glaube ich jetzt noch ein bisschen früh. Kein Geheimnis oder so? Dürfen wir hier an die Kisten? Oh, ich liebe die, ja. Oh, nein. Wer war denn hier an unserer Truhe schon dran? Ich glaub's ja nicht. Und jetzt wird's dunkel. Na, klasse. Okay. Ähm... Ja, komm, wir rasten einmal. Das machen wir doch gerne. So, und dann bitte einmal, äh, erneut, äh, Fackel. Ja, ich glaube, da hinten geht es weiter. Wir gehen mal eben kurz nochmal zurück. Waren wir doch ein bisschen voreilig. Und dann kümmern wir uns doch noch um die anderen Feinde. Würde ich doch mal vorschlagen. Aber natürlich mit unserem Zauber... Ach ja, genau. Sie hat ja auch einen Lebensentzug, ne? Dunkel, dunkel. Flüsterne Schatten. Ich will ja hoffen, dass wir hier vielleicht das ein oder andere Versteck finden. Ja, schon habt ihr uns gesehen, ne? Ja, dann kommt mal rum, würde ich sagen. So, schön auf Distanz. Ja, es sind vier Stück, ne? Mhm, mhm, mhm. Der erste Ghoul kommt. Oh, die sind ja aber auch garstig, ne? Es ist... Okay, einen Ghoul haben wir. Schießen, schießen. Schießen, schießen. Oh, sehr schön. So, da kommt der erste Ghoul doch in den Nahkampf. Tja. Wir haben wieder eine Runde hinzubekommen. Ah, dann machen wir Feuer. Schöne Sache. Schießen, schießen, schießen. Aha. Ich dachte es mir. Alles klar. Ich dachte es mir schon. Aber Feuer ist sehr effektiv. Würde ich doch mal behaupten. Zerschmettern. Angreifen. Und Wurzeln. Ne, es klappt sogar. Oh, der hat gesessen. Okay. Angenommen. Feuer. Ja, und dich hauen wir jetzt einfach mal so um hier, oder? Ja, oder auch nicht. Nicht-Eis. Haha, verfehlt. Gut, gut, gut. Einmal eine Heilung. Du brauchst... Ne. Noch nicht. Noch nicht. Ah, da hinten ist eine Kiste. Deswegen. Oh, Wahnsinn. Eine Menge, Menge Schätze. Was haben wir hier Schönes? Ähm, ein Diadem. Okay, Magie aufheben und... Oh, ordentlich Gold wieder. Oh, ich liebe das ja. Ich liebe es ja, wenn wir wieder so viel Gold bekommen. Aber irgendwie kein Geheimnis, ne? Also, irgendwie schreit noch niemand. Ich will hoffen, dass wir doch das eine oder andere finden. Oh, Fackel... Ja. Die Fackel geht gleich wieder aus. Ja. Aber ich denke mal, den restlichen Weg finden wir auch jetzt mal eben kurz so. Oh, genau. Oh, wie duster es auch ist, ne? Richtig duster. So, und... Oh, da müssen wir rüber. Oh, oh, oh. Die sind gerade rausgekommen, ne? Ähm... Ja, bitte direkt nochmal... Licht. Das sind... Das sind keine Gule. Das sind Miliz, ne? Mhm. Schießen, 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 schießen. Sehr gut. Okay, ja, das... Miliz-Hauptmänner. Ja, dann... Schießen, schießen. Wann machen wir denn? Wann machen wir denn? Feuer. Boah, sehr schön. Eis. Schießen, schießen. Und nochmal Feuer. Kein Mana. Äh, schießen. Jawohl, den einen haben wir jetzt gleich schon. So, ne, erst den... Jetzt will ich das mal testen. Mit Tab können wir nämlich wechseln. Ohne Probleme. Sehr schön. Jasna. Dankeschön. Äh, du bitte zerschmettern. Abgewehrt. Oh, du fieses Etwas. Was dann da? Kassier. Er kann nämlich uns betäuben. Ehrlich. Einen eisernen Schlüssel haben wir erhalten. So, jetzt aber mal eben kurz zum Ghoul. Ähm... Wo haben wir einen Ghoul? Ach, die Ghoul haben gar keinen Widerstand. Wer war das denn nochmal, wer einen Widerstand hatte? Wir hatten uns die doch schon mal angeguckt. Ach, war das nicht in der anderen Höhle da? Die hießen auch nicht Ghoul, ne? Wie hießen die denn? Garste? Ich meine, so hießen die. Die uns da einmal fertig gemacht haben. Und da geht die Tür auf. Ah, ja. Moment mal, ja. Moment mal. Hallo? Geheimnisse? Geheimnisse? Keine Fässer? Okay. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, ne? Müsste es eigentlich sein. Gucken wir uns mal um. Bitte ein Geheimnis. Ne, aber eine Truhe. Oh, sehr schön. Elfischer Langbogen. Wieder Gold. Ja, Mana-Tränke, Heiltränke. Was will man mehr? Die Nacht bricht. Ja. Das ist nicht so schlimm. Wir befinden uns in einer Höhle. Ja, links oder rechts. Gehen wir mal rechts entlang. Mhm. Und wir haben Gegner. Oh, und einige. Ja, die dürfen vier Felder lang schießen. Oh, aua. Ähm, ich glaube, wir bleiben direkt stehen, ne? Komm, Heilung. Jawohl. Und... Ja, komm, Feuerball. Schmeißen rein. Wieder Milizhauptmänner. Nun gut, nun gut. Schießen. Oh, sollen wir einen Trank trinken? Wie viele Tränke haben wir denn noch? Ach, 14. Ja, komm, trink einen Trank. Ist ja kein Problem. Und schon stehen sie bei uns. Ich meine, die Bogenschützen dürfen nicht durch ihre eigenen Männer schießen. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Deswegen. Äh, achso, Gift. Gift klappt wunderbar bei denen. Feuerball. Und dann hauen wir so mal drauf. Mhm. Wir sollten aber aufpassen und brennende Entschlossenheit aktiv halten. Genauso wie dich hier. Und dann hauen wir so um. Oh, Elite-Räuber haben wir dabei. Sehr schön. Trank. Gift. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und, ähm, himmlische Rüstung können, ja. Hoffentlich. Und du kümmerst dich um den Milizhauptmann. Ja. Noch nicht so ganz, ne? Aber jetzt ist er, hopps. Oh, jetzt dürfen die, glaube ich, durchschießen. Hm, Feuer. Ja, komm, hier. Jasna, den schaffst du doch, oder? Na, fast. Danku. Sehr gut. Und du einmal Eis. Sehr schön. Ähm, wir machen was mit dir? Fernkampf-Duell. Ja, warum nicht? Schießen, 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 schießen. Hohohoho. Ja, null Schaden. Schießen. Sehr gut. Schießen, schießen, schießen. Auch sehr schön, wenn alle Fernkampfwaffen haben. Ja, und jetzt noch einmal. Schießen, 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 schießen. Wow. Jawohl. Haben wir gewonnen. So. Mana-Trank. Mh, ja, du könntest eigentlich einen kleinen trinken, ne? Ja. Trink mal den kleinen. Zwei Wege. Fackel ist gleich auch wieder aus. Das ist schon... Oh, das ist der Knaller hier. Ich weiß gar nicht, wenn wir die Fackel auslassen, ob wir dann einen Abzug bekommen. Auf, ähm, ja, in dem Sinne Treffsicherheit. Das wäre eigentlich noch ein sehr, sehr... Ein sehr, sehr cooles Feature, wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Hallo? Hm, was ist das denn? Okay, eine Truhe haben wir. Ah, da hinten dürfen wir nicht hin. Schade. Hm, Schlafgemächer hier, hm? Baumwollrobe, ja, 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 ja. Alles hergeben. Dankeschön, Dankeschön. Da dürfen wir auch nichts machen. Boah, hier sowas möchte ich mitnehmen. Zumindest den goldenen Teller. Wenn es ein goldener Teller ist. Aber kein... Ja, wo? Wo ist es? Ein Geheimnis, Freunde, ein Geheimnis. Ja, da, okay. Oh, wo kommst du denn her? Äh, ja, nö, ich gehe einen nach vorne. Ja, 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 kommt ihr mal rum. Da ist wieder ein Magier dabei, ne? Wer war das denn? Äh, ich glaube, du warst es doch. Ähm, gegen alle Widerstände. Ich fühle mich stärker. Ja. Ach, Mist. Oh, jetzt geht's aber los. Ähm. Brennenschlossenheit. Rüstung. Ähm, ja. Nee, erst in zweien. Sehr schön. Boah, zweimal Elite. Ja, Jasna, hab Spaß. Boah, abgewehrt und verfehlt. Die schießen mit Feuerbällen. Vergiften. Boah, sehr schön. Hat getroffen. Angreifen, angreifen. Feuer. Sehr gut. Ja, ich sag doch, die Gegner hier, mit denen kommen wir besser zurecht als mit den Orks, ne? Dann bitte noch einmal... Boah, jetzt haben wir keinen... Okay, pass auf. Sanku. Ach, Sanku. Haben wir nochmal... Na, nochmal Gift. Komm, nochmal Gift. Sehr gut. So, dann hier. Ähm, ähm, nee. Milizhauptmann Feuer. Und Jasna, bitte ihn hier. Sehr schön. Oh, da kommt noch einer. Mana, Mana. So, Sanku und jetzt Jasna. Na, fast. Autsch. Jetzt tut's aber langsam weh. Wir haben auch keine Rüstung mehr. Hm, erst die Heilung. Feuer. Oh, Wahnsinn. Super, super, super. So, hier. Zerfetzen. Oder auch nicht. Aber jetzt krieg's aber die volle Packung, ne? Jasna, hau mal drauf. Sanku. Zerschmettern. Eis. Feuer. Sehr schön. Ja, und den Buff kennen wir ja. Den hatten wir schon mal gesehen. Draufhauen, draufhauen. Uiuiui. Ein verrosteter Schlüssel. Wo geht's denn hier hin? Verschollene Stadtstufe 2. Uh, 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 uh. Und da haben wir einen Durchbruch. Jasna. Jasna hat's geschafft. Sehr gut. Keine Feinde, oder? Ne, aber eine Truhe. Ein imperialer Streithammer. Schade. Weithändige Streitkolben. Hm. Oh, aber eine Menge Gold. Ja, schade, schade. In der Tat. Jawohl, die Tür dürfen wir auch öffnen. Oh. Ich hör noch jemanden laufen. Irgendjemand? Ja, da hinten. Ja, ja. Ich weiß schon, wo sie sind. Wo sie auf uns lauern. Aber, dann machen wir gleich weiter.